Hallo GTA 5 Freunde, hier ist der Kabasch und ich begrüße euch wieder im Online-Modus und wollte heute euch einfach mal ein bisschen zeigen, wie das ist mit Immobilien kaufen und Autos kaufen, wo man denn das Ganze macht und wir befinden uns jetzt hier gerade in meiner kleinen Bruchbude, ich meine jeder Gangster fängt ja nun mal klein an, man kann ja nicht gleich mit dem riesen Apartment irgendwie protzen und wir schauen uns erstmal um, was wir denn hier so machen, wir können einerseits hier ein Bier trinken, natürlich ganz gepflegt oder wir können das Radio benutzen, das wollen wir jetzt aber auch nicht machen, wir können uns hier hinsetzen, ein bisschen Fernsehglotzen, wir können uns hier umziehen, es ist halt unsere kleine private Wohnung einfach und wie habe ich diese gekauft, das ist relativ einfach, wenn wir nämlich unser Handy öffnen und dann ins Internet gehen, dort haben wir nämlich einerseits Finanzen und Dienste, dort gehen wir drauf und dann haben wir hier die Möglichkeit, Dynasty8realestate.com, der führende Immobilienmakler in Los Santos und Blaine County zu wählen und dann können wir uns die verfügbaren Immobilien anzeigen lassen. Wir können ja natürlich das Ganze auch ein bisschen klassifizieren, wir wollen zum Beispiel nichts in der Innenstadt haben oder nichts in Blaine County, sondern einfach nur hier, aber wir können auch einfach uns hier munter durchklicken und schauen, was denn die Sachen so kosten und die sind teilweise eben recht teuer, wenn wir uns das Ganze jetzt mal hier anschauen. Ja, wir sehen das schon hier 500.000, das ist auf jeden Fall schon relativ teuer, aber es geht natürlich auch wesentlich billiger. Dazu muss man sagen, wir haben zum Beispiel, wenn wir jetzt hier The Royal Apartment 19 angucken, sechs Fahrzeuge, das heißt wir können da auch sechs Fahrzeuge unterbringen und das Ganze wird natürlich zum Beispiel auch hier weniger, da nur zwei, hier haben wir auch nur zwei, je nachdem. Da solltet ihr natürlich einfach gucken, wie viel Geld ihr euch bereits erspielt habt und dann eurem Bedürfnis einfach so etwas kaufen. Wir können natürlich hier auch gleich so ein Luxussegment kaufen, wenn ihr eben über genügend Kohle verfügt. Muss am Anfang, finde ich persönlich, nicht sein, aber das sollte natürlich jedem selber überlassen sein. Wir bleiben bei den Immobilien, aber jetzt gehen wir weg von den Apartments, sondern gehen zu den Garagen, welche wir kaufen können. Diese sind teilweise eben zentral gelegen, teilweise eher etwas außerhalb, das sieht man hier sehr gut und die kosten eben, ja, teilweise eben recht viel, manche ein bisschen weniger, da muss man natürlich auch gucken, wie viel man will, zum Beispiel hier für 29.500 bekommen wir eine Garage mit zwei Plätzen, das heißt, wir können dort zwei Fahrzeuge unterstellen, wir können natürlich später uns natürlich auch noch weitere Garagen kaufen und ebenso unseren Platz vergrößern und damit auch unseren Fuhrpark. Wie gesagt, ebenso wie bei den Apartments, hier müsst ihr einfach gucken, was in eurer Preiskategorie liegt, was euch gefällt natürlich auch von der Lage her, solltet ihr euch hauptsächlich in Los Santos zum Beispiel aufhalten, ist es natürlich ratsam, hier eine Garage zu haben, aber ihr könnt natürlich auch, ja, weiter oben einfach noch was zusätzlich kaufen. Ihr seht das hier, wir haben hier einige auch im Norden, dementsprechend einfach dort, wo es euch beliebt. Am Anfang habe ich natürlich einen Los Santos gekauft, einfach weil es zentral gelegen ist und man hier die erste Spielzeit definitiv verbringt. Wir bleiben noch ein wenig im Internet und gehen jetzt auf einen anderen Menüreiter, nämlich Reisen und Transport. Das sind die Seiten, die wir jetzt hier zur Auswahl haben, um uns eben, ja, ein wenig Fahrzeuge zu kaufen. Zum Beispiel haben wir hier die Möglichkeit, Flugzeuge und Helikopter zu kaufen. Diese sind natürlich ein wenig teurer, wie man sieht, 2 Millionen läuft, geht einfach mal so aus der Portokasse. Legendary Motorsport.net ist die Seite wahrscheinlich am Anfang, wo ihr erst mal ein Fahrzeug kaufen werdet. Da sind alle Preiskategorien quasi vertreten von 725.000, haben wir hier aber auch 100.000, 90.000, 95.000, Motorrad für 40.000, aber das Ganze geht natürlich auch steil aufwärts. Hier eine Million, auf jeden Fall solltet ihr euch da natürlich ein bisschen umschauen. Ihr könnt zum Beispiel einfach mal draufklicken, könnt dann die verfügbaren Farben sehen hier am Anfang, könnt auch den Hubraum sehen, die Motorleistung, die Höchstgeschwindigkeit, die Beschleunigung, all sowas und könnt danach dann einfach entscheiden, was euch gefällt. Wichtig hierbei ist, dass die Personenanzahl immer auch dabei steht. Zum Beispiel zwei Personen passen hier rein. Und wenn wir jetzt mal auf eine andere Seite gehen, zum Beispiel Warstock, Cage & Carry, dort sehen wir zum Beispiel, wenn wir so ein SUV, so ein Geländewagen wirklich hier holen, da passen dann vier Leute rein, in so ein Armeelaster passen zehn Leute rein tatsächlich. Oder wir holen uns so einen alten Camper, bekannt aus Film und Fernsehen, da passen dann sechs Leute rein. Wer ein bisschen größere Crew hat, der kann natürlich auch gleich mit dem ganzen Reisebus irgendwie antreten, wo 16 Leute reinpassen. Das ist dann natürlich auch wieder eure Sache, wie ihr das Ganze dann handhabt. Wir stehen jetzt vor meiner kleinen schnuckligen Garage hier. Hier passen sechs Autos rein. Ihr seht ja auch vor Sale, da kann man dann einfach hinlaufen und sich das Ganze auch kaufen, wenn man eben hinfahren möchte, um sich das Ganze vorher mal anzugucken. Und wir können mit dem Auto einfach auch hineinfahren. Das Ganze ist kein Problem und uns hier drin mal ein wenig umsehen. Das Besondere an den Garagen ist natürlich einerseits, dass unser Auto repariert wird. Eben war das Ganze ja noch ein bisschen demoliert und ihr seht, dass hier passt wirklich einiges rein. Habt ihr also Platz genug für genug Wagen. Und ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen, wünsche euch noch viel Spaß in der Online-Welt von GTA. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Euer Kabosch.